Das war's für heute. Ich hab das so schnell vorgespult wie möglich, aber gleich wird's wieder langsam und guckt, passt jetzt auf, was passiert hier? Ich brauch eine Erklärung dafür. Ich brauch eine Erklärung dafür. Wow, wow, vielleicht zeigt uns Elon Musk die Wahrheit, weil er uns die Wahrheit nicht sagen kann. Jetzt. Okay, bleibt ganz kurz dran und guckt genau hin. Guckt genau hin, was da passiert. Ich brauch deine Erklärung für. Ich brauch deine Erklärung für. Was passiert hier? Was passiert? Hier seht ihr das? Seht ihr das? Okay. Okay. Alles klar. Okay. Okay, aber jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf, was da jetzt noch passiert. Das ganze Teil sind zwei. Okay. Die linke Seite scheint runter zu fallen und die leichte Seite scheint irgendwie stecken zu bleiben. What the fuck? Was war das? Wow. 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 Okay. 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 Was ist da passiert? Können wir das einer erklären? Wow. Okay. Oh. Wo ist denn der gerade durchgeworfen? Und jetzt pass auf. Und jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Jetzt scheint sich der Himmel selbst zu heilen, oder wie kann man das nennen? Wie soll man das bezeichnen? Das ist der absolute Wahnsinn. Es sieht einfach unreal aus. Was ist das da für eine Delle? Was geht denn da ab, Mann? Ich brauche da eine Erklärung für. Ihr müsst mir das von euch erklären, was hier abgeht. Was? Was? Was ist das für eine Delle? Was geht hier ab? Und was für eine Beleuchtung. Perfekt gewählt. Unglaublich. Ist das schön. Hast recht, Moritz. Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Finde ich auch. Das sieht viel, viel besser aus als beim letzten Flug. Ich mache den Ton mal aus, auch wenn es extrem lustig ist und unterhaltsam, mich selber im Livestream zu sehen. Also das ist jetzt die Wiederholung der Start erfolgreich. 33 Raptor-Triebwerke haben gezündet und ihr seht hier auch aus der Verfolgungskamera, offensichtlich sind die sehr gut am Arbeiten gewesen. Das Abgas viel sauberer als beim letzten Mal, also keine Hydraulikflüssigkeit, die da abgebrannt ist, sondern diese typische Methanflamme, bläulich, rötlich und ein sehr schönes Abgasbild. So soll das aussehen. Und hier war die Rakete dann überschallgeschwindigkeitsschnell und Max-Q wurde durchgesagt, also die Punkte, an denen die Rakete die maximale Belastung hat. Ich würde sagen, das hatte man eigentlich beim letzten Flug schon erahnen können, dass die Rakete eigentlich überdimensioniert ist beziehungsweise von der Struktur her easy die Belastung aushalten kann. Ist natürlich auch klar, die soll ja auch wiederverwendbar funktionieren können. Dann kannst du ja auch nicht irgendwas aus Pappe bauen. Das muss ja dann schon auch ein bisschen robuster sein. Und all diese Meilensteine hier, da hat SpaceX mit Sicherheit viele Daten geliefert bekommen und weiß nach so einem Flug viel, viel besser, wie die Rakete sich verhält, wie die einzelnen Systeme funktionieren, was optimiert werden kann, was man vielleicht beim nächsten Mal noch besser machen kann, wo es noch Potenzial gibt. Und ja, gerade, ich sag mal, Vibrationen und Beschleunigung, die so eine Rakete dann im Flug hat, das sind Sachen, das kann man nicht simulieren. Da braucht man Flugdaten. Und im Zweifelsfall sind Raketen eher überdimensioniert, um diesen Bedingungen Rechnung zu tragen. Und wenn man natürlich dann richtige Flugdaten hat, sowohl die Falcon 9 war früher mit Sensoren und GoPros und Kameras vollgestopft, um immer bei jedem Flug was zu lernen. Und das wird man hier auch haben. Und da gibt es ja natürlich auch die Engineering-Kameras. Also wir haben ja keine Bilder dieses Mal aus der Rakete bekommen. Hier war es kurz vor der Stufentrennung. Da gingen alle Triebwerke aus. Ein wunderschönes Bild auch. Habt ihr gesehen, wie das durchchoreografiert ist? Zack, da sind noch die zentralen drei Triebwerke am Laufen. Und das Hot-Staging. Also alle sechs Triebwerke der Oberstufe haben gezündet. Und der Booster wurde gedreht, aktiv. Das sieht auch meiner Meinung nach sehr, sehr gut aus. Und dann sollten die Triebwerke theoretisch wieder zünden. Und ob das so ganz planmäßig jetzt war, der Booster ist auf jeden Fall eine Zeit lang noch geflogen. Die Geschwindigkeit ist so runtergegangen. Also das Bremsen hat geklappt und irgendwas hat da eine Explosion aktiviert. Also ihr habt es vielleicht gerade gesehen. Da war irgendwas kurz. Ich halte es mal kurz an. Da war irgendwas, ist hier geplatzt, würde ich behaupten. Und dann scheint das Flugabbruchsystem die Rakete zu zerstören. Und das ging viel, viel schneller als beim letzten Mal. Also das scheint ganze Arbeit gemacht worden sein bei, oder die richtigen Designänderungen am Flugabbruchsystem, um den Flug auch schnell zu beenden. Also der Booster, da war ja 5 Sekunden maximal Delay drin zwischen diesem Feuer, was wir am Ende des Boosters gesehen haben, bis dann die Rakete tatsächlich wirklich geplatzt ist. So soll ein Flugabbruchsystem arbeiten. Und dann hat das Starship weiter geballert. Und ihr seht, hier ist schon, da war es schon über 7.000 Kilometer pro Stunde schnell. In einer Höhe von 115 Kilometer. Das ist noch ein bisschen angewachsen, es wurde noch ein bisschen höher und ja, über 20.000 Kilometer waren da am Ende auf der Uhr. Warum dann letztendlich das Flugabbruchsystem wahrscheinlich auch von der Starship-Oberstufe aktiviert, sich aktiviert hat, das wissen wir noch nicht. Aber ihr habt es in der Nachbesprechung gesehen, die waren sehr, sehr optimistisch. Und dass es so weit gekommen ist, ist schon ein großer Erfolg. Und wer weiß, vielleicht sind ja so viele Dinge, haben richtig funktioniert und das, was da jetzt am Ende nicht richtig funktioniert hat, das kriegt man schnell gelöst, dass SpaceX auch schnell die nächsten Flugwagen kann. Die Hardware ist ja da, müssen wir auch sagen. Also theoretisch könnte SpaceX die Hardware für die nächste Rakete wieder aufs Pet stellen. Dann erwarten uns noch ein paar Tests. Also sowohl Booster als auch Chip müssten getestet werden, einen jeweilsen Hotfire haben. Dann ein kompletter Weddress-Rehearsal wahrscheinlich der gesamten Rakete. Aber im Prinzip mit drei Tests grob wäre man so weit, dass man nochmal starten könnte. Ja. Schreibt gerne mal in den Chat, wie ihr euch fühlt, was ihr von diesem Flug haltet. Ich bin hellauf begeistert, das perfekte Geburtstagsgeschenk zum vierten Geburtstag von Senkrechtstarter. Heute ja auf den Tag genau, Senkrechtstarter vier Jahre alt geworden. Was ein Tag. Und